Die Tests sind zurück und wir starten heute gleich mit einem Schuh, der besser nicht ins Thema Bergwandern und auch Klettersteige passen könnte. Oder vielleicht doch nicht? Das klären wir heute im Test des Meindl Engadin. Let's go! Endlich ist es mal wieder Zeit für einen Test. Doch bevor wir, wie immer, ich hab's noch nicht verlernt, mit den harten Fakten zum Schuh starten, möchte ich hier auch einen klaren Disclaimer einfügen. Der Schuh wurde mir von der Firma Meindl selbst zugeschickt und gestellt. Ich sage das aus Gründen vollster Transparenz, aber natürlich ist klar, ich habe mich in meiner Meinung zu diesem Schuh in keinem Moment dadurch beeinflussen lassen. Auch Meindl ist damit d'accord, dass ich hier 100% ehrlich bin. Das ist auch für mich selber der Anspruch. Starten wir jetzt mit den Eckdaten. Der Meindl Engadin kommt in einer etwas rustikalen und ursprünglichen Optik daher. Es ist ein Volllederschuh. Das Futter ist Leder, das Obermaterial ist Leder und mehr gibt's nicht aus Leder. Einlegesohle ist die Meindl-eigene R-Active Softprint-Sohle, welche für gute Belüftung und einen angenehmen Stand auch an heißen Tagen sorgen soll. Heiße Tage und Leder. Hier wohl ein erster Punkt für viele Synthetik-Freunde. Das Leder ist durchwegs glatt und komplett dicht. Es gibt keinerlei Belüftungszonen oder sonstiges, was man heute teilweise schon bei Lederschuhen sehen kann, gerade bei Zustiegsschuhen anderer Hersteller. Der Schuh wiegt pro Paar etwas mehr als 1800 Gramm. Meindl gibt ihn mit 1800 glatt an. Damit ist dieser Schuh natürlich einer der schwereren BC-Schuhe, was auch schon der nächste Punkt ist. Meindl ist ein Hersteller, der sich nicht nur an das Kategoriesystem hält, sondern das Kategoriesystem sogar erfunden hat und sich deshalb sehr strikt an die eigene Idee daran hält. Der Schuh ist somit ein härterer Wanderschuh, der aber nicht so hart ist wie ein Kategorie-C-Schuh, aber trotzdem mit Korb vorne und Korb hinten mit Leichtsteigeisen verwendet werden kann. Jedoch die Eigenstabilität natürlich nicht die gleiche Sicherheit in Steigeisen bietet, wie beispielsweise beim Kategorie-C-Schuh. Wie das in der Praxis funktioniert, dazu gleich nochmal was am Techniktisch. Die Gummisohle ist eher eine härtere Mischung, wenngleich sicher nicht das obere Ende der Fahnenstange. Von der Passform her hat er eine klar definierte Zielgruppe. Sehr schmale Füße, sehr grazile, zierliche Füße, gerade bei Männern, sind im Meindl Engadin nicht gut aufgehoben. Der Hauptgrund dafür liegt bei der Leistenbreite, die doch eher breit ausfällt für einen Bergschuh, aber auch an der deutlichen Risshöhe. Meindl wirft auch mit eigenen Ansätzen zur Problemlösung um sich. Das Schnürsystem ist ein eigens entwickelt, das sogenannte DIGA-FIX-System, welches eine bessere Passform gerade im Bereich der Ferse erzeugen soll. Auch dazu gleich nochmal mehr. Selbstverständlich ist der Schuh wasserfest, was durch die Lederkonstruktion zustande kommt. Goratex und Co. sind an dieser Stelle also nicht notwendig. Wie gesagt, es ist ein Voll-Leder-Schuh. Übrigens ganz genau gesagt, Nubuk-Leder. Kommen wir vor dem subjektiven Teil und meinen Erfahrungen noch kurz zum Thema Preis. Meindl selbst vertreibt den Schuh nicht direkt und ist auch kein Online-Händler-Fan, denn Meindl selbst sagt, Schuhe muss man probieren und man braucht einwandfreie Beratung. Gut, preislich wird es dadurch immer etwas kompliziert, weil kleine Händler natürlich unterschiedliche Aufschläge für die eigene Marge machen. Aber grob solltet ihr den Engadin für 260 bis 290 erstehen können. Ob er das Geld wirklich wert ist und was es sonst noch so Spannendes über diesen Schuh zu wissen gibt. Vor allem, wie er sich in den ersten Versuchen geschlagen hat. Dazu kommen wir jetzt am schon lange nicht mehr gesehenen Techniktisch. Auf der einen Seite würde ich sagen, fangen wir wie immer bei der Sohle an, arbeiten uns oben und vorne durch, schauen uns dann noch kurz die Schürung an und den Schaft und vor allen Dingen ganz wichtig Passform und Aufbau. Das müssen wir heute wirklich berücksichtigen, denn das ist bei diesem Schuh gerade wirklich wichtig. Auf der einen Seite haben wir eine vollkommen, naja, ich sage jetzt mal spezielle Lösung, was die Sohle betrifft. Ich blende sie euch jetzt hier nochmal ganz detailliert ein. Die Sohle, sagt Meindl, ist schon etwas ganz was Spezielles und ich muss sagen, ich sehe das Spezielle dabei jetzt nicht ganz. Es ist eine ganz normale Vibramsohle im Prinzip und Meindl sagt wegen der Form, ja auf den Seiten, das hat alles eine besondere Bedeutung. In der Mitte, diese Noppen, das ist für die Traktion außen, die dickeren Ränder, das ist für die Stabilität vorne, für einen guten Grip und so weiter. Also, ich würde sagen, es ist eine Sohle, es ist eine mittel- bis harte Gummimischung und das macht den Schuh schon von Haus aus etwas steifer auch beim Abrollen. Aber, ich sage es gleich vorweg, nicht so steif, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt von einem Kategorie D oder auch einem Kategorie C Schuh. Davon sind wir noch weit entfernt, aber steifer, wenn man es jetzt beispielsweise mit einem leichten Zustiegsschuh oder gar einem Trailrunning Schuh vergleichen würde. Dann haben wir hier eine PU-Zwischensohle. Das Ganze gibt natürlich dem Schuh wieder nochmal etwas mehr Eigenstabilität, macht den Schuh insgesamt etwas härter, etwas widerstandsfähiger, sage ich mal, und vor allen Dingen auch etwas langlebiger im Vergleich zur EVA, gerade wenn man wirklich viel unterwegs ist. Was uns auch zu der Idee des Arbeitstiers bringt. Das ist ein Schuh, der möchte viel getragen werden und der möchte vor allen Dingen viel im Einsatz sein und nicht so im Regal verstauben. Es ist aber auch gleichzeitig ein Schuh durch die Volllederkonstruktion, der auch gerne mal 6, 7, 8, 9 Jahre lang im Einsatz sein kann. Wir müssen kurz über die Verarbeitungsqualität sprechen, weil ich die herausragend finde. Ich habe mir lange diesen Schuh angeschaut. Ich habe mir die Nähte, die Verklebungen, alles eigentlich angeschaut. Ich habe mir innen die Nähte angeschaut. Wenn man die Innensohle, zu der muss ich gleich nochmal was sagen, rausnimmt, sieht man sehr viel Vernähungen. Ja, es ist halt ein einwandfrei gemachter Schuh tatsächlich. Also in der Verarbeitungsqualität ist Meindl, ja da kann ich halt nicht viel dazu sagen. Es ist halt einwandfrei. Ich habe keine Makel gefunden, weder links noch rechts, auch keine kleineren Risse, nichts, gar nichts. Was ich schön finde, ist, dass Meindl hier auch recht transparent ist. Wenn man die Innensohle rausnimmt, dann sieht man im Prinzip alles, was man von diesem Schuh noch so wissen muss. Man sieht die Vernähungen der einzelnen Lederteile. Man kann zum Beispiel sehr gut sehen, dass das hier ein eigenes Teil ist und dann hier vorne wieder ein eigener Teil verläuft. Das alles sieht man hier dann vernäht im Prinzip. Kann ich euch auch gleich nochmal im Detail hier einblenden. Das ist recht schön gelöst. Ich finde, das ist transparent. Ich finde, da erkennt man auch so ein bisschen, wo der Schuh dann im Prinzip herkommt, wo die einzelnen Teile vielleicht auch Schwachstellen haben könnten und so weiter. Weil Leder grundsätzlich ist als Obermaterial oder auch als Futter natürlich ein extrem widerstandsfähiges und robustes Material. Die Schwachstellen können höchstens noch die Vernähungen der einzelnen Lederteile sein. Denn natürlich kann ich so einen Schuh nicht aus einem Guss machen, wie man so schön sagt. Die Belüftung ist natürlich faktisch nicht gegeben. Wir haben natürlich einen Zwei-Komponenten-Aufbau. Wir haben das Obermaterial und wir haben innen ein Futter. Das sieht man auch ganz gut, dass der hier eine gewisse Eigenstärke, eine gewisse Dicke mitbringt. Das Interessante ist, dass beim Futter Rücksicht darauf genommen wurde, dass es grundsätzlich schon Belüftungsmöglichkeiten gibt. Die ziehen aber im Prinzip nur ins Futter ein und nicht nach außen. Das Leder gibt diese Feuchtigkeit in dem Sinne nicht ab. Bei übermäßigem Schwitzen wird das Teil im Prinzip zu einer Sauna. Wenn wir uns bei der Schnürung mal ein bisschen mit anderen Schuhen beschäftigen, wissen wir, gut, Schuhbänder, das ist sowas, da wird einfach irgendwie kein Wert drauf gelegt. Da wird das Billigste genommen, was es gibt. Und das sieht man und merkt man dann auch in der Praxis. Das ist hier nicht so. Auch bei den Schuhbändern wird hier tatsächlich ein brauchbares Material verwendet. Sie sind relativ dick, vor allen Dingen, sie rutschen nicht, weil sie sehr rau sind. Die Bindung ist damit extrem, ich sage jetzt mal, detailliert einzustellen. Man lässt, man kann hier wirklich in jedem Punkt sehr genau sagen, wie fest man es haben möchte. Leider gibt es nur an einer Stelle einen Abklemmechanismus. Also sie sagen selber, sie haben ein super, super tolles Schnürsystem selber entwickelt. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Sie haben halt unten eine Klemme, abgesehen davon, dass natürlich jeder einzelne Haken doppelt vernietet ist, was etwas ist, was man heute nicht mal mehr bei wirklich hochpreisigen Kategorie-D-Schuhen findet. Einfach Vernietung meinetwegen, aber doppelte Vernietung. Das sind Dinge, die sind einfach dafür ausschlaggebend, dass dieser Schuh wahrscheinlich wirklich zehn Jahre lang an eurer Seite sein wird. Und das macht es natürlich sehr cool. Wenn wir von der Schnürung weggehen und uns jetzt mit der Passform beschäftigen, dann schaut euch einfach mal diesen Schuh an. Die Passform, ich habe es vorhin schon erwähnt, sie ist hoher Rist, breiter Fuß, schmaler Fuß, hat da drin nichts verloren. So ein graziler Fuß, gerade bei den Herren, hat da drin nichts verloren. Das ist ein Schuh für Füße in XXL-Form im Prinzip. Auch bei kleinen Schuhgrößen. Der Schuh wird in allen möglichen gängigen Schuhgrößen übrigens angeboten. Zeitgleich muss man sagen, dass hier durch die Falte, die hier gemacht wird, ich meine, schaut euch das mal an, das sieht verrückt aus eigentlich. Gleichzeitig muss man aber sagen, durch diese große Falte, die hier gemacht werden kann, kann der Schuh natürlich trotzdem relativ eng gemacht werden hier in diesem Bereich. Also mit einer festen Schnürung kriegt man hier auch weniger Spielraum zusammen. Aber niemals so wenig Spielraum, wie man das beispielsweise von den Passformen von Scarpa kennt, die ja eher einen flachen Fuß bevorzugen. Gerade bezüglich Abbiegen muss ich aber nochmal erwähnen, der Schuh ist wirklich nicht so steif, wie er hier jetzt den Eindruck macht. Ich kann hier kurz mal wieder den Test machen. Ich kriege den Schuh gebogen. Es ist nicht wie bei einem Kategorie-D-Schuh, dass ich den Schuh nicht mal mit Biegen und Brechen irgendwie bewegen kann, sondern es geht schon. Im hinteren Teil funktioniert es natürlich gar nicht, im vorderen Teil funktioniert es ganz gut. Das ist eben diese Mittelkategorie, die immer wieder, ja, auch von mir kritisiert wird. B, C, hinten steif, vorne flexibel. Er ist damit ein guter Tracking-Schuh. Ihr werdet auch, wenn ihr jetzt die Einblendungen ein bisschen verfolgt, sehen, gerade im oberen Bereich. Er lässt sich ja wirklich gut bewegen. Das Leder ist wirklich nicht ansatzweise so steif und C, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Auch gegenüber Synthetik gibt es da keinerlei Einbuße, die der Schuh machen muss. Er muss sich überhaupt nicht vor Synthetik-Schuhen verstecken. Ihr seht, hier ist wirklich viel Bewegungsspielraum drinnen. Ein großer Kritikpunkt, das ist 100% subjektiv, aber das ist ein Kritikpunkt von mir, die Optik. Also, dieser Schuh ist nur, weil er aus Leder ist, muss er nicht so aussehen. Es gibt andere Hersteller, es gibt sogar Meindl selber, die Lederschuhe herstellen, die nicht aussehen wie aus 1960. Dieser Schuh sieht so aus, als wäre er aus 1960. Das ist aber auch kein Versehen. Trotzdem muss ich persönlich sagen, meinen Geschmack trifft es im modernen Bergsteig jetzt nicht unbedingt. Wenn man etwas im Retro-Style machen möchte, wenn man mal so eine ursprünglichere Bergtour machen will und vielleicht nur mit alter Ausrüstung unterwegs sein will, aber trotzdem auf moderne Komponenten sitzen will, dann ist das natürlich etwas anderes, ist etwas Cooles. Ich finde ihn so von der Optik sehr ansprechend. Im Bergsport würde ich ihn aber jetzt nicht unbedingt als den schönsten Schuh bezeichnen. Generell lässt sich für mich aber auch durch das Gewicht von stolzen 900, 920 Gramm pro Paar die Frage stellen, Wofür verwende ich diesen Schuh eigentlich? In der Praxis wird es bei mir darauf hinauslaufen, dass dieser Schuh sehr, sehr selten Anwendung findet. Das liegt aber vor allen Dingen daran, weil ich persönlich jemand bin, der mit einem ganz anderen Schuhsystem unterwegs ist. Die Passform ist einwandfrei, das ist ein Schuh für mich. Das Problem ist aber, ich bin jemand, der mit Kategorie C, Kategorie D Schuhen unterwegs ist und sonst nur mit Zustiegsschuhen beim Klettern, bei anspruchsvolleren Klettertouren, mit Zustiegsschuhen, wo der Zustieg eben ein bisschen rauer ist oder halt mit Trailrunning-Schuhen. Die Kategorie B und die Kategorie BC, die existiert in meinem Leben gar nicht. Das liegt einfach daran, weil dieses System so für mich funktioniert. Aber ich weiß, dass es da draußen sehr viele Leute gibt, die das lieben, die genau sowas toll finden, weil das hier ist ein Workhorse. 2000 Kilometer sehe ich mit dem Schuh absolut. Gerade wenn man sich die Profiltiefe anschaut, das ist beeindruckend. Der Schuh ist aber trotzdem nicht so steif und klobig, wie man es sich vorstellt. Er wiegt natürlich viel. Aber normalerweise verbinden wir mit viel Gewicht auch einen klobigen, steifen Schuh und das trifft hier auf keinen Fall zu. Es gibt Leute, die möchten viel tracken und die möchten weit wandern gehen und die wollen dafür einen robusten Schuh. Und vor allen Dingen, sie wollen auch die Sicherheit im oberen Bereich haben. Das kann ich als persönlich, weil das jetzt hier der subjektive Teil ist, nicht nachvollziehen. Ich bin kein Fan davon, dass man oben irgendwie fix in einem Schuh drin steht oder fest in einem Schuh drin steht. Ich bin eher der Typ, der selbst beim Eisklettern die Kategorie D-Schuhe oben offen lässt, weil ihm das einfach zu blöd ist, diese fehlende Bewegungsfreiheit. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Und das verstehe ich und viele Leute sagen auch, ich will sowas. Ich will einen Schuh, der mich richtig stabil am Boden hält, wo ich nicht umknicken kann und so weiter. Und in dem Fall ist das vermutlich in der Kombination mit dem Anwendungszweck Tracking, weit wandern, mit Abstand einer der besseren Schuhe am Markt. Insofern, wenn ich zu 100% ehrlich bin, Schuh für mich ist das keiner. Aber ich bin halt auch nicht der Typ, weit Wanderer, ich gehe jetzt 1000 Kilometer über die Alpen, ich nehme mir jetzt mal zwei Monate Zeit und wandere irgendwie einmal die ganzen Alpen ab, so Geschichten. Sowas mache ich nicht, das ist einfach nicht so meins. Und deswegen bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe dafür. Es kann aber natürlich sein, dass ihr die Zielgruppe seid. Und die habe ich gerade vorher beschrieben und dafür ist dieser Schuh wahrscheinlich das Nonplusultra. Wenn man mit der Tatsache leben kann, dass das ein Volllederschuh ist, der dementsprechend schwer ist, aber auch natürlich die Belüftungseigenschaften nicht ideal sind, ledertypisch halt einfach sind. Er kann Schweiß aufnehmen, er kann erhöhte Feuchtigkeit im Inneren des Schuhs aufnehmen, er hat dafür das Futter, das dementsprechend durchlässig ist, aber innerhalb des Vollleders, innerhalb dieser Konstruktion, bleibt das Ganze eben sehr stark limitiert. Zu guter Letzt muss ich noch die Inlay-Sohle ganz kurz ansprechen. Es ist eine von Meindl angegebene Dry-Sohle, sehe ich nicht. Es ist halt einfach eine Standard-Einlegesohle. Wenn ihr jemand seid, der auf seine Füße wirklich Acht geben möchte, schmeißt die Innensohle raus und kauft euch wirklich eine vernünftige von SIDAS oder sonst irgendjemandem. Vielleicht wollt ihr auch eine orthopädische Einlage. Liebe Leute, achtet auf eure Füße. Der Schuh ist sehr wichtig, aber die Innensohle ebenfalls. Ich weiß, 99% von euch laufen mit der Standard-Innensohle herum. Ich übrigens in zwei Drittel meiner Schuhe auch. Aber wenn ihr irgendwelche Probleme mit Pronation oder sonstiges habt, ein Knickfuß, ein Senkfuß, ein Spreizfuß, irgendwas, besorgt euch vernünftige Einlagen, die lösen sehr viele Probleme in einem Schuh, falls man das Gefühl hat, man hat irgendwie in jedem Schuh Probleme. Diese Einlagen sind billig. Selbst die hochwertigsten, die von einer Firma, auch hier Meindl, Das ist natürlich eine super Sohle, weil sie nimmt Schweiß auf, sie hat dieses Poren-System, alles richtig. Aber es ist halt immer noch nicht wirklich dieses hochwertige Produkt, das man von einem Orthopäden oder sonst was erwarten könnte. Falls ihr sowas braucht, besorgt euch sowas Vernünftiges, lasst es euch auf den Schuh zuschneiden und schmeißt die Dinger raus. Das war es vom subjektiven Teil, das war es von der Schuhvorstellung. Jetzt zum Fazit. Kommen wir jetzt noch zum Fazit. Der Meindl Engadin kommt nicht schnittig daher. Er ist von einem jungen und frischen Design, ungefähr so weit weg wie Günther Jauch. Aber das ist ja auch kein Versehen, sondern durchaus das Stilmittel dieses Schuhs. Letztlich aber definitiv eine Geschmacksfrage. Fakt ist, dass Retro-Bergstiefel-Liebhaber auch diesen Schuh schätzen werden und dass er vor allem Dingen ein Arbeitstier ist. Er schafft es durch ein hohes und doch widerstandsfähiges Profil, lange alles mitzumachen. Außerdem auch im raueren Gelände. Auch die PU-Zwischensohle sorgt letztlich dafür, dass der Schuh eher auf lange Haltbarkeit ausgelegt ist. Er ist aber dadurch, im Vergleich dazu, wenn man eine EVA-Zwischensohle verwenden würde, natürlich nicht zu weich. Aber auch Meindl setzt hier natürlich in dem Punkt auf Langlebigkeit. Und genau da setzt der Schuh perfekt beim Segment Tracking und Weitwandern und viele Wanderungen hintereinander an. Die Schnürungen und die Passformen sind sehr gut für die eben doch recht eingeschränkte Zielgruppe. Wenn er aber passt, ist er in erster Linie sehr gemütlich. Trotzdem, dieser Schuh wiegt so viel wie meine Schuhe zum Eisklettern und für Fünftausender. Das ist Fakt. Aber wenn das Gewicht nicht stört und lieber ein Workhouse sozusagen zur Verfügung haben will und all die bekannten Vorzüge von Leder nicht missen will, der wird hier definitiv glücklich. Für Ultralight-Fetischisten und Synthetik-Liebhaber ist dieser Schuh aber wahrscheinlich nichts. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ich will von euch wissen, wie findet ihr den Retro-Look dieses Schuhs? Feiert ihr sowas grundsätzlich oder sagt ihr eher nein, dafür ist selbst Oma Erna schon zu alt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und auch was ihr sonst so von diesem Stiefel haltet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.